Ich meine, jetzt hat man so eine Verpflichtung, zwei kleine Kinder und sowas, ne? Voll serious und macht alles Spaß. Aber früher hab ich auch mal Gas gegeben und dann sah bei mir in der Bude immer ziemlich heavy aus. Und da hab ich mir gedacht, Alter, da muss sich irgendwie ganz schnell bei dir was ändern, sonst wird das nix mit dir. Ein Tag im Leben eines anderen, hab ich mir gedacht. Ein Sonnenstrahl, der durch dein Fenster fällt, dein letztes Tor zu Außen wählt, die Aussicht, die dich noch am Leben hält. Auf deinem Tisch, da stapelt sich die Kost, die Reste von Mikrowellen kost, du weißt sehr gut, was ich hier ändern muss. Kannst du dich im Spiegel nicht mehr sehen. Es ist ein seltenes Leben, ein 150 Tage lang, der gleiche Film, die gleichen Szenen, die erlässt alles, wenn ich kann. Jedem Augenblick kommt die Stelle an, der Aufstehen und sich sagt, oh, für ein Tag. Denk Tag im Leben eines anderen. Wenn du auf Großstationen hoch erblängst, bei dem Ast, auf dem du hängst, du fällst was wert, wenn du ins Leere springst. Spring nicht, die Einsicht, die dir sagt. Irgendwann mal kommt der Tag, dann macht das Klick und du veränderst dich. Könntest du dich nur selbst von oben sehen? Es ist ein seltenes Leben, ein 165 Tage lang, der gleiche Film, die gleichen Szenen, die erlässt alles, wenn ich kann. Und jeden Augenblick kommt die Stelle an, der Aufstehen und sich sagt, oh, für ein Tag. Und jeden Augenblick kommt die Stelle an, der Aufstehen und sich sagt, oh, für ein Tag. Und jeden Augenblick kommt die Stelle an, der Aufstehen und sich sagt, oh, für ein Tag. Und jeden Augenblick kommt die Stelle an, der Aufstehen und sich sagt, oh, für ein Tag. Ein Tag im Leben eines anderen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!